Hallo Leute und willkommen zum 16. Töhrchen des Minecraft PvP Advents Kalenders und hinter diesem Töhrchen verbirgt sich eine Runde Mindstrike auf dem Mindplex Server und mit dabei sind der Torben und der Flurie. Richtig, habe ich mit. So, wir spielen das Team Terroristen. Ach, das ist richtig. Lass mal B gehen dann. Okay, können wir machen. B. Ich bin erstmal falsch gelaufen. Okay, da hoch und dann kommt da quasi so ein langer Gang. Jo. Genau Leute, das ist meine letzte Aufnahme. Also für den Adventskalender nach kommt Flo. Ne, der Torben nimmt jetzt nie mehr aus. Ich habe ihn verbannt. Genau und heute kam auch das erste Video von Endergens. Da ist einer. Da bei Wagen, bei Wagen. Eis, ob, alter. Der hat mir einfach einen Headshot gegeben. Nice. Einer muss planten, wer auch immer die Bombe hat. Ich habe die nicht. Die auch nicht. Die sind alle auf A, alter. Ich bin einfach am einzigen direkt gestorben an einem Headshot. Wer hat die Bombe, Leute. Nein, doch nicht. Ja, doch B gehen. Hä, nein. Die sollen. Lol. Wo seid ihr denn alle? Ihr wart doch gerade nur noch bei B. Ja. Die sind jetzt auch ich, ihr Idioten. Ihr könnt doch nicht einfach wegrennen. Hä, wie? Die sind jetzt hier. Alter, was macht ihr? Da, da kommt noch einer. Da kommt noch einer. Das sind drei Stück, ne? Geht zu B, Flo. Wir schießen ihn gerade schon. Sehr gut. Hä, was feiert ihr? Wieso? Hä? Ich wusste nicht, dass sie nur... Bleibt da. Bleibt da und wehrt die Bombe. Ich nicht. Ich weiß es nicht. Keiner plädiert hier. Ich bin nämlich... Okay, dann wartet da. Oder geht durch die Mitte. Geht durch die Mitte und probiert die zu killen. Achso, wir werden beschossen? Ja, ja, da durch. Da durch die Säulen durch. Da... Durch die Säulen durch? Lauf da durch, die ich... Hier? Leute. Wo seid ihr denn jetzt? Hä? Wir sind jetzt hier bei dem einen von uns, der... Ihr solltet nicht ins Haus rein. Ihr solltet da durch die Säulen. Über Mitte, nicht über CT spawnen. Achso, die Bombe war die ganze Zeit auf dem Boot. Okay, warte, ich gucke, wo der ist und dann geht B. Geht B, der geht auch B, oder? Ne, warte, der geht jetzt über... Warte, der geht jetzt... Ne, der killt... Er wurde gekillt. Er wurde gekillt. Da... Torben, hinter dir, die Bombe. Hinter dir, die Bombe. Ja, ich weiß. So, und jetzt geht zu B. Geht zu B. Oder A. Holy shit. Torben, der kommt noch. Ja. Scheiße, Alter. Okay, das war natürlich nicht so geil jetzt. AK-47 kann ich mir leider noch nicht ganz kaufen. Ich mach noch eine Sparrunde. Ja, ich hab mir Rüstung genug gekauft. Ich geh zu A. Hat einer von euch die Bombe? Ich geh B. B ist für Shotgun. Ganz okay. Flo kommt mit A. Ja. Sehr gut. Beziehungsweise... Der ist einer. Der ist einer. Alles klar. Scheiß Headshot. Scheiß Farmer. Oh mein Gott. Oh, die sind sehr... Ich bin direkt tot. Ja, ich auch. Ihr habt dem keinen verkackten Schuss abgegeben. Äh, getroffen. Ja, ich hab mir Farmer. Die gammeln alle bei A, Tobi. Und A, Haus. HOST! Tobi, bist du das? Ich mein, Tobi, bist du das? Alter, war der SWAT-Typ sch... Achtung, noch einer! Ja, eine Nullchance mit einer Schrotz. Besonders mit der, die das schlechteste, die... Da musst du mit einem Schuss töten. Ansonsten müsst du... Vor allen Dingen, die haben alle Waffen. Oder... Na gut, der nicht. Aber trotzdem. Hat der mir einen Headshot gegeben? Du weißt es nicht. Genau. So ein Spaß-Typ. Ja, ich wurde geheadshotet. Ja, planten die jetzt mal endlich irgendwo... Ich hab das Gefühl... Geil. Das Geilo-Gefühl hab ich auch. Welches Gefühl? Bei mir hat der Dings-Aufsetzer. Das Geil-Gefühl. Achso. Wieso bin ich dead A1? Was macht der Camper hier, ey? Bot. Er schreibt einfach Bot. Ich hab den Shatter auf Myplex aus. Ich stehe zwei nur für die... Äh, ich hab 2200. Ich kann mir nicht... Sehr gut. Endlich die scheiße AK. Ich hab ne Kacking AK. Ich auch. Und... Äh... Lass B. Grüß Gott. Also wir gehen über einen Switcher. Connector. Switcher. Auf... Äh... A. Oder wir stellen uns... Ja doch, wir gehen über einen Switcher auf A. Vorsicht, da drin sind Felsch. Leute. Da. Da drin. Da drin. So, okay. Die haben Magazin aufgebaut. Wir können. Schießt. Oh, ich hab ne Flash. Ich hab ne Flash. Na, ich hab ne Flash. Reimbekommen. Vorsicht. Wäre ein kleines Problem, wenn ihr zum die Ecke gekommen ist, ich verstehe mich mal hinter. Okay. Okay. Da komm mal, hallo. Leute. Ja, wir wurden geflasht, Alter. Da rum. Alter, verzieht die Degel. Einmal. Ne Degel verzieht eigentlich relativ. Hier wurde einer. Da ist einer. Der hat ne Arfe. Aufpassen, Leute. Ja, ich stehe. Lass den rauskommen. Geil. Jetzt leckst du es oder was? Jetzt leckt es. Willst du mich verarschen? Und der gibt mir direkt einen Headshot. Das ist so scheiße, sowas. Ihr wisst schon, dass man Arfe ruschen muss. Und nicht so stehen bleiben sollte der ist rechts lang. Der ist rechts lang. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Alles cool. Oh, ich hab ihn. Ist das hässlich. Alter, da steht einer. Da steht ein paar. Ja. Der kommt, der kommt, Tom. Nice. Flo, komm mal zurück. Ich hab nicht nur ein Deckung begeben. Der nimmt nur einer, die Arfe. Eine Arfe, eine Arfe. Ich kann nicht mit dem Dings umgehen. Der Flo sollte die Arfe nehmen, weil der die schlechtere Rüstung hat. Ich hab keine Muni mehr. Ich kann damit aber nicht immer umgehen. Ja, da steht doch. Noi. Lass bei dem. Der hat plantet. Ich hab die Bombe nicht. Hinter uns, hinter uns. Ja, das seht ihr mit dem Kompass, wo die Bombe ist. Und hinter euch ist einer. Aber der kann nichts. Lass den doch in Ruhe. Obwohl, das ist der letzte. Das ist der letzte. Geht zurück über den Switcher. Nicht da lang. Nicht da lang. Hä? Der hat mich einfach bekommen. Fuck. Ja, Leute, Alter. Tom rennt auf einen Jungen Bolong. Ja, ich hab die Bombe geholt. Ja, warum? Ja, weil ich sie planen wollte. Ja, das war doch eh zu spät. Du musst auf die Zeit achten. Ja, die Zeit, die sehe ich da unten nie. Hä? Da steht doch Time Left. Ja, ich weiß, aber da achte ich nicht drauf, wenn ich... Oh. Ich stehe da mit einer Arbe. Direkt, ja, direkt. Oh, was hattest du für eine Waffe? Ich auch. Pass auf, pass auf. Oh, das sind drei Leute. So, ich hab die Arbe. Wo stehen die? Sehr gut. Die stehen da überall im Gang. Und heute sind drei Arben, Tobi. Du hast keine Chance. Alter, ist das nix, ey. Alter, ich hab anderthalb. Die haben da drei, haben eine AWP. Du hast keine Chance. Ja. Wollt schon. Und der eine steht unter den Kisten. Ich bin mal gespannt, wie der aus mir geht. Na, der rennt weg. Das ist, das ist dumm. So schlecht. Das war richtig dumm. Die hatten eine AWP und... Nein, jetzt hab ich mir so eine scheiß AWP gekommen. Ich wollte eine verkackte... äh, AK740. Wollen wir mit tauschen? Tom, Tom. Hast du ja? Hier. Hier, ich hab' na... AK, gib mir doch die AWP. Da. So, und jetzt kommt, wir gehen mit. Also nochmal. Ne, ich geh' nicht mit dem mit. Ja, okay, dann musst du die irgendwie von... Da ist schon die erste AWP. Ja, wo? Ja, äh, bei... Einer ist über den Switcher. Oh, komm, 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 komm. Komm. Schön. Er hat die Bombe. Okay, die sind im Fenster. Alter, es leckt minimal bei mir gerade. Ich snipe die Flo, wenn die kommen. Achtet du, einen auf den Switcher. Einer down mit der AWP. Die Flo, Fenster hab ich. Okay, du musst mir auch sagen, wenn da einer kommt, weil ich bin treffbar hier. So, ich hab mir... Ach, das war ne... Das war eine verkackte SSG. Okay, ja, die bereuen nicht. Ne, da steht keiner mehr, glaub ich. Flo. Das schnau' ich mir natürlich. Sehr gut, einer plantet. Switcher ist aus... Worte geplantet, A. Bei A, ja. Okay, Flo, kommst du mit B? Jo. Oh, fuck. Wir, äh, sollen wir von hinten... Tobi, warte mal kurz. Hab ihn. Okay. Ah. Easy. Nice. Ich hab ne AWP. Alles gechillt. Shit. Ey, mal hier ein bisschen anziehen. Ich hab die AWP von Eddie. Im guten alten Eddie. So, ich geh nochmal mit, so. Ja, ich auch. Ich auch. So, dann werf ich jetzt hier ne Smoke. Guck mal. Ich hab ne Incidary. Vorsicht, weg, weg, weg. Nicht so früh rennen, Torben, was machst du? Jetzt gehst du weg, weil der Smoke da ist. Warum? Nein, ich wollte ja eigentlich noch die Dings... Vorsicht, da stehen zwei, glaub ich, Fenster. Mindestens zwei. Ja. Ja. Aber ein, Torben. Einen hast du? Einen. Okay, einer achtet unten auf Switcher. Ja, ja. Ich hör nur Schüsse, wer schießt da? Ich weiß auch nicht. Ich behalte das Fenster im Auto. Ich hab geschossen. Äh, da war einer am Fenster, glaub ich. Nee, da ist ne Waffe, äh, Fenster ist clear. Ja. Switcher war gerade einer. Lass A aufräumen. Ah, vornehmen, vornehmen. Jo, ich seh's. Wer ist da? Vorsicht, hier, äh, Switcher kommt einer. Da kommt noch einer. Da, 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 komm der. Flo, Flo, Flo. Ja, ich weiß. Junge. Ich hab da gewusst, dass der da ist. Der ist da unten. Out of range für uns, Tobi. Du hast auch eine ABP, oder? Ja. Ja, den können wir gerade nicht erreichen. Okay, komm, äh, hier, äh, wird die Bombe. Nice, die haben gebläht. Flo, komm, wir machen das. Vorsicht, äh, äh, einer Rennzug. Warte, warte. Da ist keiner. Ja, weil hier war ja noch einer, der muss ja hier nach irgendein. Der ist ja, ich hab ihn getötet. Sehr gut. Nein, alter, der Switcher, so ein Müll. Wie ich den einfach nicht bekomme, so richtig scheiße. Nein, ich auch. Richtig behindert. Oh, Flo, der Switcher, lass den, lass den. Der killt dich. Bleib da, der steht da, Vorsicht. Bis auf, bis auf. Jetzt. Nice. Sehr schön, sehr schön. Hol dir doch da die Flash, Flo. Oh nein, die AWP, die AWP. Hol dir die AWP. Oh, Flo, die ist teurer als eine AK, die jetzt uns zuwerfen können. Ja, ich hab sie nicht bekommen. Weil du da nicht hingerannt bist. Egal. Ich hab bitte keine Zeit, ey. Boah, ich hab jetzt alle Bomben, erst mal. Alle Granaten? Sehr schön, Flo. Ich bin stolz auf dich. Ah, geht wieder Party. Okay, top, wir. Oh, da ist einer im Fenster. Ja. Fuck. Oh, scheiße. Kriege ich ihn nicht. Okay, warte. Wo ist der? Am Fenster. Am Fenster kill ich. Scheiße, wir haben dicke Probleme gerade. Zwei Leben hab ich. Geh nicht rein. Flo, der ist, der kommt, der kommt, klang. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, einen hab ich. Aber da ist noch einer, der ist noch einer. Hab ihn mit einer Diegel, Alter. Sehr schön, sehr schön, easy. Hey, ich wollte doch die AWP, wo ist die AWP? Jetzt hab ich mal einen AK rausgebrochen. Alter, ich hab einfach mal 11.000 fucking coins, ne. Ist nicht mehr lustig. Oh. Ich hab versehentlich jetzt zwei Molotow-Cocktails gekauft. Ich geh jetzt mal A. Ich bin mit. Molotow-Cocktails kaufe ich mir nie. Nö. Ja, ne. Oh, scheiße, da sind zwei Leute. Drei Leute. Ey, Tom, worinst du denn lang? Ja, ich wollte A-Sale, äh, also bereit machen. Nein, du hast zu spät gesagt. Nein, einen hab ich dadurch. Okay. Bei mir ist so... Nein, ich mein, du hast es zu spät gesagt für mich. Alter, das... Nein, ist der Smoke, ist der Smoke. So, wer hat da eine Smoke geworfen? Der andere. Scheiße, Alter, der hat hier einfach alles... Okay. Der hat perfekt für die Gegner die Smoke geworfen. So, wir sind durch, wir sind durch. Boah, mich beschießt erst mal einer. Da hinten ist alle, da hinten ist einer. Ja, ich mach Fenster clear. Der wird jetzt getötet. Ja, mach mal bitte. Down, Flo. Nice. Nee, das ist nur eine S. Die will ich nicht. Okay, alles... Alles klar. Okay, Leute, wir holen anscheinend auf. Wo ist noch einer? Ich geh kurz B. Mal gucken. Ja, hier. Hier, wir sind. Ja. Okay, das läuft doch gut. Jetzt würde ich mir auch mal hier eine Flashbang und eine High Explosive und eine Smoke. Und, ja, so kann es so weiter laufen. Ich geh wieder in die Mitte. Vor allen Dingen, mein Ton ist auf 5% Leute und dann stell dich das jetzt mal auf 100 vor. Und ich spiel normalerweise irgendwie auf 90 oder so oder auf 100. Ja, das ist toll. Was hast du für eine Waffe? Scheiße, in der Mitte sind zwei. Na, AWP. Ich bin alleine gegen 200. Ja, ich hol mir die, Flo. Halt durch. Ich komm mit. Flo, lebst du noch? Ja, fuck. Drei hat nur noch. Ja, halt sich nur den Scheiß-Container. Hab einen. Ja, wir haben oben ein Fenster clear. Ja? Okay, dann sollte hier keiner mehr sein. Ja, da ist, glaube ich, B-Tunnel. Ne, da ist doch nichts. Ja, ich glaube. Ja, das bin ich, Flo. Scheiße, das stand doch. Ah, jetzt geht's wieder. Wo ist der hier? B-Tunnel. Geh weg, Tobi. Ich hab mir meine AK noch zu. Hab ihn nicht, hab ihn nicht. Okay, warte, ich werf eine Flash. Ich werf eine Flash. Vorsicht! Er killt mich einfach, als ob da liegt eine AK-Torben. Ich hab gerade kleines Problem. Du hast ihn gekillt. Der ist doch tot. Ach so. Ja. Ich hab hier mit der High-Explosive vor. Das war eine gute, war eine gute... Ich frag mich wieder, mich in den Fall. Ja, ich hab den letzten. Oder wurde ich von hinten gekillt? Oh, warum war ich jetzt Marco auf und ich bin dummisch. Ja, egal, jetzt kann ich mir alles in A holen. So, 11.51 hat der Torben. So, ich geh jetzt oben. Torben geht unten. Dann können wir ja so... Wir sind wieder B. Hier kommt dann wieder von hinten auf, hab ich gehört. Ja, ja, mach mal. Du musst die einfach nur da festhalten, dass jeder nicht raus kann. Ja, ja. Moment, ist noch keiner da. Alter, Junge, na. Ich hasse mich dafür. Das Sitz ist noch keine Worte. Ich bin viel zu unversichtlich. Habst du getötet? Nee. Ich hab noch einen mehr. Alter, ich bin tot. Okay, hier ist Feuer. Das scheiße AWP im Nahkampf. Nee, der, der B. Nee, er ist snackt. Ey, Tobi, links, links, zwei Stück. Ja, die wollte ich eigentlich bekommen. Zwei Stück sind da. Dude, geh da weg. Aber einen. Oh, kuckuck. Easy. Gut geflasht. Easy. Nee, ich kämpfe gerade gegen einen. Ja, also, Tobi, das ist überhaupt sehr gut. Wo denn, Flo? Fenster? Äh, in der Mitte. Okay, ich gehe über Fenster. Ja, nee, nee, nee. Der ist nicht der Kampf von hinten. Also, da aus der Richtung, wo wir spawnen, ja. Aber du könntest trotzdem kommen. Ah, das ist der letzte, okay. Nee, nee, der Fuse! Ja! Sehr gut. Mein Gott, Alter, wie das einfach niemand bewacht hat, auch ich nicht. Richtig dumm. Und das war nicht schlecht gemacht, so von dem. Der mich da eigentlich... Okay, ich hatte ein Herz, ne? Oh, ich habe die Bomber, ich habe die Bomber. So wie ich ran und nach. Ich bin nur euch hinterher. Ja, oder? Ja, oder soll ich die angeben? Ja, okay. Nee, lieber. So wie dann kommt. We've dropped the bomb. Sabaton picked out the bomb. Oh, hier ist Snoke. So, Fenster ist clear, falls es jemand interessiert. Einer bei Mitte tot. Vorsicht, die sind A. Ja, ich sehe es. Hier wird gerade einer meiner Kollegen geschossen. Okay, wir werden da bauen. So, den habe ich, der sich da in den Türke gesneakt hat. Okay, ich muss aufpassen, hier geht gerade Dickty Pie, ja? Achto, Tom, wo denn? Pass auf, da unten, da kommt einer. Yo, da ist einer. Scheiße, Tobi! Wer fährt hier Explosive? Meine Barrelate. Nein, du warst das doch, Mann, ich hatte so schöne neue Explosive-Things geworfen. Ja, ja, ich war ein bisschen schneller. Ja, ja, halt vor allem ein bisschen schneller. Ja, ich wollte halt nicht sterben, gell? Ey, Tom, du bist so ein Vollkoffer, ne? Was? Du bist so ein Vollkoffer. Achso. Ja, wir haben ja so ein bisschen privat mit Felix gezockt und... Krippel. Krippel. Und wenn ihr auch mal mit uns sagen wollt, kommt dann wieder auf unseren TS, copp.nitrado.net. Oh, da sind wir auch nett. Nein, okay, umdurchsinnig. Herr Tom, wo plantest du? Ach, ich habe die Bombe, lol. Ja, ich schätze, ah, ah. Ah, mach ich. Oh, ich wurde geflasht, aber egal, YOLO. Plente, komm schon. Mach ich, mach ich. Sauber. Oh, Alter, sauer. Ab einen. High Explosive. Scheiße. Ja, hab ihn, High Explosive. Fuck, ich habe uns geflasht. Oh, das ist ja noch einer. Wo denn? Der ist bei A. A Gang zu... Äh, ja, vor dir. Hab ihn, hab ihn. Oh, danke, Alter. Oh, ich habe uns geflasht. Ich weiß immer, dass man mit Waffen nicht schlagen kann. Ich probiere immer, mit der Waffe zu schlagen. Wir haben gewonnen. Ach. Ach, GG. Okay, Leute, ähm, meinst du, das reicht, oder soll ich nochmal eine Rolle dranhängen? Ich meine, das reicht. Okay, Leute, das reicht dann. Dann sehen wir uns in Floris Folge. Und wenn euch das gefallen hat, nicht vergessen zu liken und zu abonnieren. Komm her, Tobi, komm her. Tobi, komm her, hier in der Weihnachtsbaum schnell. Ja. Okay. Tschüss. 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 Tschüss.